Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge How to Make Coins. Wie man sehen kann hat sich wieder fast alles verkauft bis auf drei Objekte und wir haben hier 100.000 geknackt. Da hier in diesem Manchester hat ich 250 bezahlt und 1500 rausgeholt. Das ist über 1000 München Gewinn. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020